Das Automation Solution Center ist die digitale Plattform für die automatisierte Produktion. Als digitale Plattform sorgt das Automation Solution Center für mehr Transparenz und Qualität in der automatisierten Produktion und ermöglicht unseren Kunden schnellere und bessere Entscheidungen. Das Automation Solution Center ist Steuerzentrale für die Instandhaltung, Analyse-Dashboard für das Produktionscontrolling und Management-Cockpit für den C-Level eines Unternehmens. Im Automation Solution Center nutzen wir neueste Technologien, beispielsweise BI-Technologie. Uns ist klar bewusst, wie sensibel und schützenswert die Daten unserer Kunden sind. Deshalb haben wir das Automation Solution Center so entwickelt, dass keine Internetverbindung benötigt wird. Informationen werden im Automation Solution Center bedarfsorientiert und zielgruppenspezifisch dargestellt. So kann einfach und schnell erkannt werden, ob und wo Handlungsbedarf besteht. Gleichzeitig können Daten analysiert, Muster erkannt und effiziente Entscheidungen vorausschauend getroffen werden. Und durch die perfekte Integration mit Version Doc können jederzeit die notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden. Mit dem Automation Solution Center schaffen wir die Brücke und das zentrale Repository, um die verschiedenen Ebenen der Automationspyramide digital zu verbinden. Version Doc ist mit mehr Geräten und Komponenten auf dem Shopfloor verbunden als jedes andere Produkt. Und mit unserer Plattform Automation Solution Center sind wir in der Lage, diese Informationen aus dem Shopfloor in die Ebenen MES und ERP zu transportieren. Nur so ist eine ganzheitliche Berechnung der Gesamtanlageneffektivität möglich. Überzeugen Sie sich selbst vom Nutzen des Automation Solution Center. Wir arbeiten bereits heute an weiteren innovativen digitalen Produkten und Services. Unser Ziel mit dem Automation Solution Center ist es, alle Unternehmen in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial der automatisierten Produktion auszuschöpfen. In der Version 1 sind zwei hauptsächliche Blöcke enthalten. Das ist einmal das Systemcockpit für die Benutzer, die auch jetzt in Version Doc ihre Tätigkeiten durchführen. Und abgesetzt davon haben wir das Admin-Cockpit, wo die ganzen administrativen Informationen aufbereitet sind. Einen konkreten Anwendungsfall lässt sich am besten am Beispiel des Shopblocks erklären. Die Kernfrage beziehungsweise die Kernaufgabe der Anwender ist es, regelmäßig zuverlässig Backups zu erstellen, um im Notfall eine Recovery durchführen zu können. In unserem Beispiel liefern wir ein Werkzeug und eine enorme Unterstützung, um diese Tätigkeit der Backup-Erstellung so effizient und fehlerfrei wie möglich durchführen zu können. Durch die Darstellung im zeitlichen Verlauf und den verschiedenen Perspektiven und Dimensionen lassen sich Muster erkennen und wir tragen dazu bei, dass die Jobausführungen, die viele komplexe Einstellmöglichkeiten bieten, so effizient wie möglich laufen. Die genannten Anwendungsfälle zeigen ganz klar die Richtung, die wir einschlagen, um in Zukunft mehr Voraussagen für die Zukunft treffen zu können, auf Basis der vorhandenen Daten. Ebenso möchten wir den Datenbestand immer mehr erweitern, mehrere Informationen zusammenführen, die zu ganz neuen Erkenntnissen führen.